Heute ist ein sehr, sehr besonderer Tag, gerne, gerne aber davor das Video liken und ganz, ganz wichtig, da wir kurz davor stehen, den Kanal abonnieren. Danke für euren Support, also wir stehen kurz davor die 150k zu erreichen, wäre sehr ehrenhaft, wenn wir die voll machen würden. Heute erreiche ich durch einen Itemshop-Kauf die 1000 Skins in Fortnite. Gerne mal kommentieren, wie viele Skins ihr habt. 1000 Skins ist nicht gerade wenig, ich werde auch jetzt demnächst dann mein Spind-Video vorbereiten, werde euch dann alles zeigen, was ich im Spind habe. Bei meinem Spind-Video wichtig, ich werde nicht auf alles einzeln drauf eingehen, also ich werde jetzt nicht sagen, ey, der Skin gefällt mir, der Skin gefällt mir nicht, der Skin gefällt mir nicht, die Spitzsache gefällt mir nicht, denn ansonsten würde das Video locker, locker 4 Stunden gehen. Ich werde einfach ein paar Highlights rauspicken, die seltenen Dinge rausziehen und dann werden wir uns mal meinen Spind ein bisschen genauer anschauen. Jetzt gehen wir mal in den Shop rein und checken mal ab, ob der CC drin ist. Falls er bei euch nicht drin ist, gerne mal ein Eintragen, F-F-E-R-J-O-S-P-L-O-N-T eingeben, kurz geht raus für euren Support. Denn hier gibt es zufälligerweise einen Bundle, was 3 Skins enthält und wenn ich das kaufe, habe ich glatt 1000 Skins. Und für den Preis 1,3, für 3 Skins macht man nichts verkehrt. Einmal auf kaufen drücken und dann haben wir hier, auch wenn ich diese Skins niemals spielen werde, ich wollte jetzt nur die 1000 erreichen, ich werde die Skins niemals spielen, die werden locker vergammeln in meinem Spind. Jetzt habe ich offiziell die 1000 Skins in Fortnite. Ist schon eine heftige Zahl, wenn man sich das hier mal reinzieht, wie viele Skins das sind. Ist schon wirklich geisteskrank, sollte hier so ein Erinnerungsvideo sein oder werden, damit ich weiß, wann ich ganz genau die 1000 Skins erreicht habe. Ansonsten im Shop gerne, gerne mein CC benutzen und das war es dann auch hier schon mit dem relativ kurzen Video.